Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Tropicco 6, der wird da hier bei Heisenberg zockt. So, ist eine neue Aufnahmesession, das heisst, wir machen jetzt mal ein paar Korrekturen. Denn, ja, ich würde mal sagen, der Anfang ist soweit gelungen, wir leben noch, beziehungsweise wir haben noch Mandatszeit etc., sieht man ja hier unten. Das M steht für Monate, ist mir jetzt auch klar, danke für den Hinweis. Und ja, was werden wir jetzt ändern? Wir werden jetzt mal erstens gucken, im Handelsbildschirm, da gibt es nämlich Export und Import. Der Herr Heisenberg hat das gar nicht gesehen. Das hier, man sieht es hier oben, ist Import, das heisst, das kostet, dafür kriegen wir es. Und das hier ist Export, das heisst, das geht raus, dafür kriegen wir Geld. Jetzt haben wir hier eh noch was verfügbar. Jetzt würde ich mal gerne gucken, Rum wäre, glaube ich, etwas, Moment, wobei Gold natürlich hier auch etwas ist, was wir gerne verkaufen können. 20% über Standard, 10.800 pro 1000, das nehmen wir mal an. Man könnte sich eh überlegen, ob wir nicht vielleicht dann doch immer noch eine weitere Handelslizenz kaufen. Was wir auch machen müssen, das ist ganz einfach, wenn hier niemand arbeiten will, man sieht es hier, wir stellen jetzt mal Leute ein. Weil, ja, wie soll ich sagen, man kann durch 10.000 Sachen haben, wo man Geld verdienen würde. Wenn da keiner arbeitet, dann wird da kein Geld verdient. Das ist eigentlich eine relativ einfache Rechnung. Die war bei Tropico 5 und 4 auch nicht anders. Da habe ich ein bisschen am falschen Ort gegeizt. Dann das hier, das brauchen wir offensichtlich nicht, weil das wird sowieso transportiert, das Ganze. Das ist eigentlich nur eine Verschwendung an Arbeitskräften, weil die könnten wir natürlich woanders auch brauchen. Das führt mich zum nächsten. Wir brauchen, ja, hier haben wir noch die Forschung, das machen wir auch mal noch schnell. Wir machen mal alles, weil wir haben eigentlich genug Punkte. Das sieht man, die drei Sachen haben wir per sofort. Jetzt werden wir das hier bei den Verordnungen gleich mal aktivieren. Nämlich Mitarbeiter des Monats. Mitarbeiter in Minen und Industriegebäuden arbeiten eine Doppelschicht, solange diese Verordnung aktiv ist. Das mache ich sehr gerne. So, was haben wir sonst noch? Rot für das Volk würde ich auch mal machen. Ganz einfach deswegen, weil ich das in den vorhergehenden Teilen auch immer gemacht habe und damit eigentlich relativ gut gefahren bin. Jetzt. Dann haben wir... Ne, ich wollte eigentlich noch ein paar Transportbüros bauen. Und was ich auch noch möchte, das ist ein weiteres Baubüro, weil sonst passiert hier überhaupt nichts. Das machen wir gleich mal im schnellen Bau. So, dann haben wir zwei von denen und Transportbüros haben wir hier. Die habe ich immer ganz gerne verteilt eigentlich ein bisschen in der Annahme. Ähm, ja, wenn sie schon mal irgendwo sind, dann fangen sie vielleicht gleich mal da an zu arbeiten. Hier haben wir eh noch eins im Bau. Ähm, hier unten haben wir noch keins. Und hier werden wir auch keins haben, das passt da nicht hin. Gut. Vielleicht hier hinten. Ja, hier wäre es glaube ich gar nicht schlecht. Zack, werde ich auch mal priorisieren. Am Schluss habe ich dann wirklich wieder alle Gebäude, die gebaut werden sollen, priorisiert. Aber meine Güte, so ist es dann halt. Gut. Was ist hier? Da müssen wir auch noch kurz priorisieren. Leute, haben wir die da bauen? Das ist okay. Was ich jetzt hier auch noch machen möchte. Ihr seht schon, ich habe mir einiges vorgenommen. Die anderen Folgen waren halt tatsächlich mehr oder weniger an dem Tag, oder sind an dem Tag entstanden, als ich den Key bekommen habe. Und da muss man dann immer ein bisschen probieren. Also, ich hätte hier gerne eine Brücke rüber. Das geht nur nicht. Irgendwie. Ne, das geht nicht. Okay. Wie sieht es hier aus? Na, irgendwie was ist jetzt geht es? Ne, geht ihm doch nicht. Aha. Funktioniert nicht. Ähm, während der Kolonialzeit können keine Brücken über das Meer gebaut werden. Das ist natürlich schlecht. Okay. Aber hier oben haben wir ja Fluss. Wir haben da eine Brücke. Ich hätte eben gerne hier unten irgendwie noch eine. Wenn das irgendwie geht. Oh, das geht sogar. Okay. Machen wir gleich mal. Damit man ein bisschen schneller von A nach B kommt. Dass man da eben rüber kommt. Jetzt ist halt die Frage. Doch, das müsste eigentlich gehen. Dass wir hier irgendwie hier runter düsen. Machen wir mal so. Und dann da rein. Und dann funktioniert das Ganze schon mal. Man könnte, wenn es geht, hier oben natürlich auch noch was machen. Jawohl. Und das funktioniert prächtig. Gut. Dann hätten wir die Infrastruktur dahingehend auch schon mal verbessert. Dass die eben ein bisschen schneller hier zum Hafen kommen. Und das wird uns auch wieder helfen. Und eben. Jetzt mal gucken. Wir haben hier erwartete Einnahmen 4000. Das dauert noch zwei Monate. Das ist okay. Das ist, was wir an Lager haben. Unter anderem eben Gold. Das müsste hier mehr werden. Ganz einfach deswegen. Weil da jetzt auch Leute arbeiten. Das bringt mich wieder zum Gedanken. Ich wollte doch hier mal noch gucken. Ja, jetzt hat auch keiner. Okay. Wir stellen einfach mal so viele Ausländer ein, wie wir sie brauchen. Die bleiben dann, glaube ich, aber auch. Die werden nicht wieder in dem Sinne irgendwann verschwinden. Oder aufhören oder den Job wechseln. Das müsste hier eigentlich so bleiben, wie wir es haben. Haben wir hier oben noch was? Hier oben haben wir doch noch eine Mine. Lass mich mal gucken. Wir haben zwar schon wieder nicht mehr allzu viel Geld. Aber wir müssen investieren. Ja, hier genau. Das habe ich eben auch mal noch gesehen. Dann machen wir hier noch eine fette Eisenmine hin. Wir bräuchten eine Kollege Strasse. Die war hier oben. Ziehen die mal hier runter. Moment. So, machen wir es mal so. Bis hier hin. Und dann gerne da rein. Und das funktioniert auch schon mal. Jetzt. Die brauchen keinen Strom und kein Wasser. Das ist nicht City Skylines. Das müsste so eigentlich schon funktionieren. Allerdings, glaube ich, ja, die Strasse, die hat noch nicht gezählt. Kriege ich die hier nicht irgendwie hin? Nee. Okay. Moment. Das muss ich nochmal kurz kappen. Einmal Kollege Bagger. Wir zerstören. Und wir bauen nochmal. So funktioniert es. Okay. Und jetzt hier rein. Und dann ist der Pfeil grün. Und das ist okay. Was würde das kosten im schnellen Bau? 600. Nee. Das lassen wir nochmal für den Moment. Aber hier oben wollte ich natürlich auch noch gucken. Ja, hier arbeitet halt auch keiner. Das ist natürlich schon. Wenn man nirgends Leute in den Fabriken und in den Farmen etc. hat. Ja, wie sollen die denn da Geld generieren? Das kann ja nicht funktionieren. Und deswegen, ich übertreibe jetzt hier fast ein bisschen. Auf der anderen Seite. Ja, eben. Ich muss übertreiben. Geht gar nicht anders. So, hier das Geld geht runter. Damit können wir leben. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Das wird dann langsam eng. Wenn wir das hier erfüllen, dann kriegen wir neue Arbeiter. Wenn wir das hier wählen mit den Immigranten. Transportbüro. Was ist mit dem Büro hier hinten? Das ist irgendwie immer noch im Bau. Dann haben wir da doch noch eins. Moment. Dieser Fischereihafen versinkt praktisch unter dem Gewicht von kalten, nassen, glitschigen Fischlein. Ja, das ist schön. Weil wir haben natürlich schon einen Fischereihafen. Eins von eins. Transportbüro haben wir auch. Das heisst, ich werde jetzt sicher nicht die 6000 nehmen, sondern hier die Mandatszeit verlängern. Dann haben wir nämlich wieder drei Jahre. Das ist doch schon mal viel wert. Das heisst, wir können darauf verzichten, hier das Transportbüro sozusagen schnell zu bauen. Das hier steht tatsächlich schon. Da kommen schon die ersten Leute rein. Weil wir brauchen das hier nicht mehr. Jetzt würde ich aber, 1900 haben wir. Ich würde jetzt glatt mal kurz Kollege Zirkus hier bemühen. Wohin mit dir? Ja, wie möglich zentral wäre wahrscheinlich. Nicht ganz falsch. Was ist das für ein Zeichen? Das macht mich schon wieder unruhig. Ne, wir gucken gleich. Hier oben vielleicht irgendwie so. Ja, das sieht doch gar nicht schlecht aus. Zack. Herrlich. Haben wir einen Zirkus? Jetzt ist das Zeichen weg. Ich weiss gar nicht, was das bedeutet hat. Aber in Ordnung. Also Zirkus haben wir. Hier mal noch genau lesen. Hier steht nämlich Importhandelsroute mit die Krone erfüllen. Das heisst, die wollen importieren. Das heisst, wir müssten hier noch etwas importieren von der Krone. Jetzt haben wir hier aber lauter Sachen. Ja, aber man sieht schon, Zucker funktioniert nicht. Weil da eben keiner arbeitet. Deswegen künden wir die Verträge. Tabak läuft. Gold läuft. Und jetzt machen wir hier einen Import. Und zwar eben nicht mit den Schmugglern, sondern gern mit der Krone. Haben wir hier irgendwas, was die Krone gerne... Ähm, hätte... Na. Import Eisen, die Krone. Da haben wir es doch. Okay, wir importieren Eisen. Annehmen. Dankeschön. Auch wenn wir jetzt Eisen nicht zwingend brauchen. Es geht darum, dass wir das hier erfüllen. Weil dann kriegen wir wieder Mandatszeit. So. Ähm, hier haben wir auch noch verfügbar. Jetzt würde ich eben ganz gerne tatsächlich mal noch rum verticken. Hier. 11.000, 20% drüber. Wenn wir es an die Krone schicken, dann machen wir das mal. Ja, müsste passen. Ich kaufe jetzt noch keine weitere Handelslizenz. Weil wir ganz einfach das Geld nicht haben. Ich kann mich aber erinnern, dass wir eben in den früheren Teilen, da haben wir relativ schnell weitere Häfen gebaut. Ganz einfach deswegen, weil das ein bisschen flotter ging dann hier. Ähm, mit dem Transport. Das Teil hier hinten, so richtig gebaut wird, das auch nicht. Das kostet aber gleich ein Tausender zum Bauen. Ich würde glatt nochmal ein Transportbüro hinstellen. Ich glaube, man kann davon echt nicht genug haben. Wenn wir zu wenig Arbeit haben dafür, dann werden wir die einstellen. Ganz klar. Vielleicht sogar hier oben nochmal so ein Teil. Ja, dann haben wir hier auch zwei solche. Bitte schnell bauen. Hier hinten. Ja, das dauert noch ein Momentchen. Wir haben zwar zwei Baubüros, aber die müssen natürlich auch den Weg immer noch zurücklegen. Ich werde hier mal nochmal auffüllen, so gut wie es geht. Jetzt möchte ich schnell gucken, bei unseren Golddingens. Ja, die Arbeiter, die ausländischen, die kommen dann ja immer mit der Fähre, sprich, beziehungsweise mit dem Dampfer, der auch den ganzen Umsatz generiert. Eure Freibolter wollen den Anker lichten. Oh, furchtloses Daranführer, doch es wird kein Lüftchen. Okay, Gold zu Piratenbucht liefern. Okay, jetzt wird es interessant. Ich würde mal sagen, das müsste man wahrscheinlich auch hier machen. Ähm, aber wir haben, glaube ich, kein Handelsdingens frei. Dann lassen wir das für den Moment. Sobald wir hier was frei haben, werden wir das machen. Dann haben wir, was ist denn Goldschmuggel? Schliessen Sie den Überfall Goldschmuggel ab. Okay, das führt uns nachher hinten. Das kann man aber, glaube ich, auch hier machen. Ja, hier sieht man nur, was sie gerade machen. Überfall. Ähm, was müssen wir? Goldschmuggel. Das wäre hier. Das ist aber noch nicht verfügbar. Da haben wir wahrscheinlich zu wenig Punkte. Dann müssen wir erstmal die Punkte generieren. Das würde mir sagen, wir machen mal das. Und dann als nächstes. Das geht immer noch nicht. Machen wir mal jemanden retten. Das müsste dann Immigranten bringen. Ja, da müssen wir halt später dann dazu übergehen, wenn wir die Punkte haben. Würde ich jetzt mal behaupten. Das hier ist, glaube ich, eine ewige Baustelle. Was ich übrigens auch gemacht habe, ich musste die Musik ein bisschen leiser drehen. Denn ich hatte, ja, einen Content-Treffer von YouTube wegen der Musik, weil ich die Lizenz nicht dafür habe. Und das ist immer relativ ärgerlich. Das gab es bei Tropico 5 schon. Da kann man eigentlich nicht viel machen, außer die Musik deaktivieren. Oder, so wie ich jetzt halt das Ganze gemacht habe, dass wir da ein bisschen das Ganze leiser stellen. Und die Geräusche, die sollten eigentlich immer noch laut genug sein. Also, die haben die gleiche Lautstärke. Das sieht ja auch cool aus. Da, guck mal, die Baustelle. Wie hier der Staub daherkommt. Hier kommen die Arbeiter. Ja, es ist halt schon einfach nur nett gemacht. Und ich muss sagen, grafisch, ja, es ist einfach wunderschön. Also, ohne Scherz. Ich finde es wirklich wunderschön. Alleine diese Texturen vom Boden, das sieht aus wie ein Teppich. Ich weiss nicht, ob man das im Video auch erkennt. Aber so im Spiel selber, ach, hier mit diesen Feldern, das ist aber nur schön. Und das ist genau das, was sich bei Tropico 5 eben schon an den Bildschirmen gefesselt hat. Wenn man was gebaut hat, es hat sich aber auch gelohnt, dass man sich das Ganze in Ruhe anguckt. So, jetzt wäre es hier eigentlich besser. Da kommt dann wieder einer mit der Fähre. Das ist schon mal cool. Jetzt haben wir aber ein bisschen Probleme. Finanzieller Natur. Okay, das müssen wir aber in den Griff kriegen, wenn die Transportfirmen vernünftig arbeiten. Und wir brauchen halt hier Leute. Das ist soweit okay. Hier nehmen wir nochmal einen dazu. Und hier oben. Ah, okay, jetzt steht das Ding doch schon. Das ist ja nett. Hier brauchen wir halt auch noch Leute. So, damit wir Eisen produzieren können. Der Auftrag, den wir hier natürlich vergeben haben, wegen Import von Eisen. Das kostet uns auch wieder Geld. Das ist klar. Aber wie gesagt, das mache ich, damit ich das hier erfüllen kann. Damit wir da wieder neue Amtszeit bekommen. Gut. Also ich neige dazu, das hier im Schnellbau fertigzustellen. Weil irgendwie die Arbeiter, die sind zwar hier, aber da passiert überhaupt nichts. Die kommen auch nicht. Keine Ahnung, was die machen. Wahrscheinlich gerade Siesta. Oh, das führt mich noch zum Gedanken. Ja, ich kann zwar jetzt nicht. Oh, der Zirkus ist fertig. Das möchte ich natürlich kurz sehen. So, das machen wir mal zu. Oh. Als jetzt ist unsere Revolution eher wenig rumreich. Ja. Mit Ihrer Unterstützung, Präsident, wird das Volk Sie jedoch erstrahlen lassen. Erstrahlen lassen. Ja, das hoffen wir doch. Okay, hier ganz klar, was wir machen. Wir brauchen zwar Geld, aber 2000 ist mir einfach zu wenig. Eine zufällige Blaupause wäre natürlich auch schön. Da kriegt man dann irgendwas sozusagen freigeschaltet. Aber ich würde sagen, wir nehmen die Immigranten. Weil das natürlich Arbeitskräfte sind. Und das ist ja aber schon auch sehr schön, der Zirkus. Cool gemacht. Hier mit den Wagen. Ach, hier wäre der Eingang. Sehe ich das richtig? Was haben wir denn hier? Wenn man hier vorne guckt. Ist hier kein Eingang. Ist eigentlich falsch rum. Aber das kann man natürlich dahingehend noch korrigieren. Wir bauen hier einfach eine Strasse. Funktioniert das? Dass hier eine Strasse lang geht. Jawohl, das funktioniert. So, dann kommt man hier nämlich auch Richtung Eingang. Ich denke, das macht dann doch noch eine Spur mehr Sinn. Oh, ist aber auch einfach nur cool, das Teil. So, jetzt sind wir mitten im Haus drin. Wir gehen wieder raus und arbeiten noch ein bisschen. Wir haben hier zwei Jahre, vier Monate. Wir haben minus 10.000. Das ist dann eher bitter. Aber, ähm, ja. Da sollte ja auch was daherkommen. Bei 5.000 sind wir im Moment. Gold. Okay, das ist nett. Ähm. Die Schiffe sind unterwegs. Das passt. Und hier wird eigentlich produziert. Lager 200. Das muss aber abgeholt werden. Dann hier hinten hingebracht werden. Und dann schlägt das hier natürlich entsprechend zu Buche. So, ich möchte tatsächlich eine neue Handelslizenz. Aber, ja, mit L, äh, mit L, mit 11, mit minus 11.000 wird das nicht funktionieren. Jetzt ist gerade der Frachter eigentlich wieder gekommen. Ne, doch nicht. Das war da oben. Ne, hier. Oder kommt da gerade einer? Ne, zwei Monate. Dauert noch ein Momentchen. Wenigstens ist hier gut besucht. Also, sprich, die arbeiten. Man könnte ja vielleicht das Pütsche noch ein bisschen erhöhen. Das wäre auch immer eine Möglichkeit. Und das hier hinten. Weiß nicht. Packt das? Oder warum wird das Ding nicht gebaut? Also, die haben, obwohl das hier priorisiert ist, das nicht gebaut. Aber auf der anderen Seite die Mine da oben. Ja, die steht schon. Die war aber nicht priorisiert. Ähm, vielleicht nochmal abreissen. Aber wäre auch schade. Es ist halt so ein Grossteil eigentlich schon fertig. Hier taucht halt nie einer auf. Bist du ein Arbeiter, der... Ne, du bist ein Transporteur. Ja, wir bräuchten hier mal noch einen Bauarbeiter. Sonst, wenn wir dann hier mal wieder eine vernünftige Zahl haben, werden wir das hier im Schnellverfahren machen. Ähm, das wir jetzt so Minus haben, das ist klar. Wir haben jetzt gebaut, gemacht, getan. Transportfirmen etc. Die kosten immer nur. Die bringen kein Geld. Die Mine bringt Geld. Hier oben. Aber dafür brauchen wir eben noch mehr Transporteure. Weil das ist so ein weiter Weg. Und die da mit ihren Fuhrkarren, das ist halt schon auch nicht unbedingt sehr ideal. Was ich mal noch gucken wollte. Bei den Vorgängern konnte man das Ganze doch noch irgendwie morden. Hier, genau. Elektrischer Bohrer. Ah, habe ich schon geguckt. Genau, das können wir nicht machen, weil wir den Strom nicht haben. Und das können wir nicht machen, weil wir natürlich einfach entsprechend hier Minus haben. Ich bin froh, weiterhin mit Ihnen zu arbeiten. Aha. Heutzutage ist es wirklich schwer, gute Hilfe zu erhalten. Okay, wir können wieder verlängern. Das ist sehr nett. Hier beim Handel sind zwei Sachen verfügbar. Da machen wir jetzt natürlich keine Importe mehr. Sondern jetzt werden wir hier wieder exportieren. Und zwar, ja, ich würde mal sagen, sicherlich Gold. Ja, und zwar einmal den hier. Und dann einmal den hier. Und dann haben wir, glaube ich, alles wieder aufgefüllt. Jawohl. Da fehlt uns eben eine Handelslizenz. Ganz klar. Könnte man denen vielleicht noch helfen mit einer Abkürzung? Nein. Hier wird man keine Strasse runterkriegen, außer hier. Man könnte aussenrum, das ist dann aber noch weiter. Ne, da können wir nicht viel machen. So, wie sieht es jetzt hier aus? Ich möchte, dass ich hier plötzlich sehe, dass das ein bisschen in die Gänge kommt. Dann kommen wir hier oben nämlich auch wieder raus entsprechend. Müssen wir wohl ein bisschen Geduld haben. Und vielleicht nochmal ein Transportbüro. Wir haben ja hier hinten eins. Guck mal, das will einfach irgendwie nicht wirklich hier. Das gefällt mir gar nicht. Ähm, ja, das können wir aber nicht schnell bauen. Und es bindet hier doch Arbeiter. Obwohl die hier irgendwie gar nie auftauchen. Wisst ihr was? Wir kloppen das mal weg. So, das kostet ja nichts. Und stellen es halt woanders hin. Ah, kann ich natürlich nicht. Wenn ich kein Geld habe, kann ich kein Transportbüro bauen. Gut. Aber hat ja wirklich keinen Sinn gemacht. Jetzt haben wir jetzt mal gesehen, wie man die wegbekommt. Das ist ja auch schön, wenn man das weiss. So, und hier unser Fischerhafen. Da fehlen auch Leute. Ach, ja. Kann halt niemand einstellen. Da müssen wir jetzt ein Momentchen Geduld haben. 2000 ist, hat auch wenig. Ich frage mich, Gouverneur. Heiligen die Mittel die zweckmässige Gemeinheit? Für die Unabhängigkeit lohnt sich jedes Opfer. Ja, kann man sehen, wie man will. Schliessen Sie den Überfall Beute ab. Okay, das werden wir sicher annehmen. Jetzt müssen wir schnell gucken. Überfall Beute. Ähm, was machen wir hier? Beute Bananen. Ja, wir machen eh das, was sie gerne hätte. Das hier müssen wir dann nachher noch machen. Jetzt haben wir hier aber schon ein paar Punkte bekommen. Das ist schon mal schön. Wie sieht es mit dem Goldschmuggel aus? Oh, das habe ich jetzt vergessen. Ähm, dann kappen wir hier nochmal kurz was. Halt, das war hier. Handelsbildschirm öffnen. Wir wollen nicht mit der Krone. Sondern wir müssen Gold liefern an die Schmuggler. Ähm. Ja, die bezahlen nur leider nicht viel. Aber okay, wir müssen tatsächlich Gold schmuggeln. Nicht genügend Gelder. Ach, das kann ich nicht machen. Weil das natürlich, hm, okay. Wir müssen erst wieder zu Geld kommen. Gut. Goldschmuggel. Schliessen Sie den Überfall Goldschmuggel ab. Beute. Wobei, halt. Hier steht eigentlich nichts mehr von wegen, dass wir den... Hä? Das ist so. Besitzen Sie Gebäude. Mindestens Gebäude. Bergwerk Gold. Schliessen Sie den Überfall. Okay, dann haben wir das andere aber eh schon weg. Dann mache ich hier natürlich nochmal auf. Und dann werden wir hier nochmal etwas exportieren. Rum wollte ich doch schon die ganze Zeit. Da sieht man hier, das ist eh auch was relativ Gutes. Was das Geld angeht. Ach, ist bereits aktiv. Okay, habe ich schon eingestellt. Ne, habe ich nicht. Kann ich hier nichts machen, wenn ich kein Geld habe? Echt jetzt? Gold. Annehmen. Jetzt hat es funktioniert. Beim Rum hat es nicht funktioniert. Hier haben wir zwar Rum. Ja, wie auch immer. Wir haben wieder vier Dingens aktiv. Das ist in Ordnung. Wie sieht es jetzt hier aus? 8.000. Zusammen mit dem, was wir von der Krone bekommen. Da kommen wir, glaube ich, um die 10.000. Müsste das ungefähr wieder bei 0 sein. Das wäre ja schon mal schön. Da müssen wir aber, wie gesagt, Geduld haben. Und hier hinten haben wir doch noch, genau, hier unten bei diesem schönen SOS. Ist hier jemand am Arbeiten? Ja, ist tatsächlich auch nur einer. Aber ich kann nichts machen. Ui, das wird hier aber. Langsam wird es dann doch teuer. Der ganze Spass. Hauptdachlose. Okay, Arbeitslose. Spass. Wirtschaft. Einnahmen 23. Ausgaben 31. Okay, wie könnte man Ausgaben senken? Wann kommt hier der Kollege wieder? In einem Monat? 14.000. Ja, jetzt geht es hier aber schon rauf. Gut, das heißt, wenn der wieder kommt, dann können wir zumindest ein neues Transportbüro kaufen. Oder bauen lassen. Und, ja, das müsste dann auch wieder helfen. Guck mal, die Leute waren alle im Tierkuss. Kann ich hier mal gucken? Du kannst nicht schlafen. Oh je. Vor lauter Spaß mache ich mir gleich in die Hose. Ach, herrje. Okay. Ja, ein Arzt. Ja, warum findet man in diesem Teil der Stadt nicht mehr seinen Arzt? Weil wir das noch nicht bauen können. Das ist doch nett, die Wahl zu haben, oder? Die Wahl zwischen als Gouverneur weitermachen oder eine neue Karriere in körperlicher Arbeit. Ja, okay. Sehr schön. Da können wir die Mannen-Darts-Zeit wieder verlängern. Nehmen wir natürlich an, weil das läuft sowieso. Das ist ja so eingestellt, dass wir hier im Handel entsprechend, ja, Sachen exportieren. Zur Krone. Egal, was dann zuerst hier erschöpft ist, sozusagen. Das wird dann eh automatisch genommen. So, jetzt haben wir 19.000. Ich warte immer noch auf den Frachter. Noch vier Tage, drei Tage. Oh, guck mal hier, erwartete Einnahmen. Zack, und schon sind wir wieder im Plus. Also, das war gar nicht so falsch. Sprich, was auch immer die Krone will. Ja, und das haben wir auch schon erfüllt. Dann können wir die Mannen-Darts-Zeit hier wieder verlängern. Jetzt sind wir doch bei vier Jahren und sechs Monaten. Hier haben wir 10.000. Das heisst, ich würde mal sagen, wir sind doch auf einem guten Weg. Und ihr ahnt es, was ich jetzt mache als erstes, das ist nochmal ein Transportbüro. Ich glaube, das ist tatsächlich immer noch so, dass man von den Teilen einfach wirklich nie genug haben kann. Nie. Ähm, wenn ich dich hier hinstelle, baut ihr das dann auch? Oder passiert dann das gleiche wie hier unten, dass das irgendwie nicht funktioniert? Ich mache mal kein Risiko. Ich stelle dich mal. Moment. So, hier hin. Und zieh dann die Strasse rüber, ob das geht. Wir werden es gleich wissen, wenn ich hier Kollege Sträßchen schnappe. Äh. Nee, geht nicht. Aber doch, es würde gehen. Moment. Jetzt geht's. Ich wollte gerade sagen, es war eigentlich auch rot vorher. Aber das heisst nichts anderes, als dass sie eben noch keinen Strassenanschluss haben. Gerne hohe Priorität. Nicht nur jetzt der Geld haben. Jetzt würde ich hier gerne nochmal gucken. Wo müssen wir noch... Oh. Ich dachte, wir würden nie nach Tropico zurückkehren. Okay, sie sind zurückgekehrt. Das ist schön. Auftrag abgeschlossen. Sie bauen Gold für die Sache ab und verdienen sich so meinen Respekt. Aber shh. Es ist ein Respekt, der geheim bleiben muss. Ja, wie immer. Nehmen wir natürlich auch an. Hui. Das nächste. Ja, deswegen mögen wir Penultimo eben auch. Guck an. Das ist ja wieder was Neues. Besitzen Sie ein Gebäude des Typs Kokosnusserntor. Haben wir. Das haben wir. Besitzen Sie mindestens eine Goldmine mit dem Arbeitsmodus Geheimprotokoll. Ja, das werden wir uns gleich mal ansehen. Okay, das nehmen wir natürlich an. Goldmine, Geheimprotokoll. Ähm, das wäre hier oben. Geheimnis Protokoll. Fügt ein zusätzliches Lager für Kokosnüsse hinzu. Aha. Abgebautes Gold wird in Kokosnüssen versteckt. Bevor es von Transporteuren abgeholt wird. Okay, machen wir mal. Leute, haben wir die hier arbeiten. Dann hätten wir das jetzt hier auf Kokosnüsse umgestellt. Die warten also auf Kokosnüsse. Und das führt mich wieder nachher hinten. Ne, Moment, wo war meine andere Insel? Hier hin. Die müssen jetzt hier Kokosnüsse liefern. Und dafür müssen wir hier entsprechend erstmal Leute einstellen. Den regionalen Konsum, den nehmen wir mal raus. Weil wir brauchen die Kokosnüsse jetzt tatsächlich dahin. So, machen wir zu. Brauchen wir sonst gerade noch irgendwas? Wir könnten natürlich diese Insel hier mal noch in Angriff nehmen. Weil hier haben wir relativ viel Land. Ich glaube, hier könnte man einiges mit Farmen etc. machen. Aber wir haben den Platz hier auf der Insel ja eigentlich auch noch. Ich kontrolliere nochmal. Auch hier dürfen es mehr Leute sein. Ich denke, selbst wenn das Hegel kostet hier, dass man die einstellt, ganz klar. Das holt man zehnmal wieder raus. Weil ganz einfach dann ganz anders gearbeitet wird hier. Wenn hier eben Leute sind. Ja, ist eigentlich auch nichts anderes als logisch. Das ist okay. Hier vielleicht nochmal zwei dazu. Dann produzieren wir vielleicht auch mal endlich genug Zucker. Damit die hier unten eben auch entsprechend, ähm, ja, rum machen können. Nicht auf Lager. Ja, ich hoffe. Moment. Warenausgang 49. Das ist doch okay. Da kann man Teil exportieren. Der andere sollte in Richtung Taverne kommen. Wie sieht es jetzt hier aus? Was fehlt als nächstes? Hef Aktiv. Aha. Hef Aktiv. Goldnuss-Export-Handelsroute. With Smuggler. So, wir haben hier eh verfügbar. Gold mit Smuggler. Das wäre die hier. Goldnuss. Da haben wir es doch eh schon. Nehmen wir natürlich mal an. Ähm, dann haben wir hier wieder verfügbar. Da würde ich gerne nochmal schnell gucken, ob wir nicht irgendwo nochmal Gold haben. Doch, weil das bringt halt schon relativ viel. Gold, Goldnuss, Gold, Tabak. Hier nochmal verfügbar. Gerne nochmal Rum, wenn es funktioniert. Jawohl. Dann haben wir Rum und Gold. Das ist eigentlich soweit. Okay, wir haben 1000. Ich frage mich, Gouverneur. Oha. Heiligen, die Mittel, die zweckmässige Gemeinheit? Für die Unabhängigkeit lohnt sich jedes Opfer. Okay, eine Zeitung bauen, Status umstellen. Dann kriegen wir hier wieder 10 neue Arbeiter. Ich nenne die jetzt einmal mal Arbeiter, auch wenn hier natürlich steht, 10 revolutionäre Immigranten. Im Endeffekt sind es natürlich einfach neue Arbeiter, die dazukommen. Das heisst, eine Zeitung, die könnt ihr haben, wenn ich sie finde. Ähm, Medien und Bildung. Zeitung 1800. Die verschafft, glaube ich, Freiheit, wenn ich mich richtig erinnere. Deswegen machen wir dich mal hier hin. Zack, okay. Und wir haben ja zwei Baubüros. Die hatten jetzt eigentlich gar nichts gross zu tun. Steht das Ding hier? Wo habe ich es hingestellt? Hier oben. Jawohl, das steht tatsächlich auch schon. Hier haben wir eigentlich immer genug Arbeiter. Das ist schön. Jetzt sieht man auch hier überall, wie sie mit den Wagen rumflitzen. Ein Index dafür, wie viele oder ob man genug solche Büros hat, ist für mich eigentlich immer, wenn ich hier einfach gucke. Wie viele von den Teilen kommen hier an? Weil das sind jedes Mal die Fahrzeuge, die eben das Geld hier bringen. Wenn da alle Schaltjahre mal nur einer kommt, dann hat man zu wenig Transportbüros. Jetzt kommen hier doch ab und an mal welche. Dann sieht man hier, wenn der jetzt da reinfährt. Ja, jetzt ist ja gerade das Schiff gekommen. Aber wenn der jetzt hier reinfährt, zack, geht das wieder rauf. Jetzt der fährt wahrscheinlich auch hier rein. Genau, jetzt müsste es sich nochmal erhöhen. Je nachdem, was der geladen hat. Ähm, ja. So wird dann halt hier die Zahl bestimmt, sozusagen. Ist schon raufgegangen? Ich habe es jetzt nicht gesehen. Ja, jetzt ist es raufgegangen. Gut, wir haben 7000. Vier Jahre. Das ist doch alles im grünen Bereich. Gefällt mir sehr gut. Vielleicht nochmal ein Transportbüro. Aber ich würde jetzt tatsächlich zuerst irgendwie nochmal gern... Wisst ihr was? Wir machen noch eine Farm. Ähm, das war hier eine Farm. Und zwar mit... Was machen die denn? Also Ziegen geben sicher Milch, etc. Was macht ein Schwein? Okay, da gibt es wahrscheinlich Fleisch. Ein Krokodil wird dann die Bewohner fressen. Weiß ich jetzt auch nicht, was man damit macht. Oder wozu die da sind. Wir können ja mal gucken. Ja, ne. Dafür haben wir den Boden nicht. Zumindest nicht auf dieser Insel. Also Krokodile wollen sie ja keine. Wie sieht es aus mit spuckenden Lamas? Da wäre es ja hinten doch grün. Hier oben wäre es auch schön grün. Okay, wie sieht es hier unten aus? Nein. Nein, nein. Hier haben wir in dem Sinn keinen grünen. Oh doch, hier hinten haben wir noch einen grünen Bereich. Aber das wird dann wieder nicht gebaut. Wobei, die Piratenbucht haben sie auch gebaut. Wir machen mal den Test. Zack. Ob sie hier vielleicht dann doch im Kollege Farm hinstellen. Wir brauchen noch einen Strassenanschluss. Und gut ist. Ja, sauber. Gefällt mir. Wir haben hier Mandatszeit. Wir haben hier ein bisschen Geld. Und hier geht es auch rauf. Hier ist eigentlich alles im grünen Bereich. Aber eben diese Veränderungen, die wir jetzt gemacht haben, die waren schon nötig. Es ist doch nett, die Wahl zu haben, oder? Die Wahl zwischen als Gouverneur. Ja, nehmen wir wieder an. Ist ja klar, was es ist. Und wir machen das sowieso hier. Von daher können wir das einfach laufen lassen, ohne was zu bewerkstelligen. Und als nächstes werden wir dann die Zeitung haben. Und dann haben wir das auch erfüllt. Gut, liebe Freunde. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich fand es eine coole Folge, weil es mal endlich ein bisschen was war, wo man korrigieren konnte. Das Ganze so in die Zukunft lenken, die auch irgendwas bringt. Von daher, ja, hoffe ich, hat euch auch gefallen. Und dann sehen wir uns hoffentlich bei der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.